hallo und willkommen wieder zu einer neuen runde my little pony genau und ja wir hatten eine quest noch offen fluttershy dir freunde was für ein zufall wir haben aber kleine teiche haben wir schon und wir haben ein quest problem genau so genau und wir müssen nämlich fences auf zwei ständchen bringen haben wir auch noch nicht und einmal runter und im ausweichen den haben wir noch getroffen quest alles pony neue tricks genau dann das bike und twilight kirchen pflücken ha 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 haben auch schon ja spiky da bin ich wohl ein bisschen schneller und noch eine quest einkaufs drachen ja 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 klar wir müssen mal wieder sammeln so wir reisen mal so wir reisen gleich einmal zu kenner lot ganz genau ja das spiel macht ja im moment kleine probleme und zwar derby versteckt sich nicht mehr das heißt derby steht einfach mal in der gegend rum kann es sein dass die version gerade ein paar probleme hat aber das macht nichts hier holen alles 25 edelsteinchen holen es erstmal ins momentar genau ja und zwar ihr habt richtig gelesen und wir brauchen noch ein teleskop wir wollen ja natürlich weiterkommen ja alles hat früher mal 50 edelsteine gekostet also mittlerweile nur 25 so wir müssen mal gucken ob wir platz haben genau nein shop shop danke und zwar kinder lot lego alles und ok sie kommt gleich sorry leute hallo alice und alice müssen wir einen laden zuweisen sorry alice 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 ist zugewiesen und spiky hat schon das nächste haben wir doch schon ach wir müssen so ein geschenk wir müssen ein geschenk schicken mach mal immer an alle beschenken ach spike wir sind schneller so nächste quest was will twily zeit für entspannung eine uhr eine uhr eine vierte uhr 20.000 hey komm leute zeit für entspannung sehr schön hey wir machen heute mal richtig fortschritte die beste medizin aha wir sollen acht lachscherben sammeln aber haben wir im moment nicht und wir webeln schmeißen mal ein bisschen ein triumph wagen 250.000 das ist ein bisschen viel und ach so da muss man jemanden noch sterne bringen ähm und wir brauchen wir brauchen ein operatorium 20 stunden ja 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 ok so ich muss mir mal wieder retten wie ich wieder links bekomme und wir verabschieden uns glaube dann auch erst mal wieder von mein ach wir haben einen da ach so da war noch eine quest da war ich mir gerade deswegen habe ich es ja noch nicht weiter gemacht jetzt haben wir auch ein schmerzes Pony jetzt haben wir auch ein schmerzes Pony hey hast mich nicht gekriegt ätsch bätsch ätsch bätsch und das hört mal wieder nichts mit vielen Münzen und wieder eine quest abgebraut Jumpfer Und wir haben nur noch 6 Quests und wir haben 3 Quests, oh naja nicht wirklich, ja und dann verabschiede ich mich erstmal und wir sehen uns in einer neuen Runde bei My Little Pony.